Hallo ihr Lieben, hier zeige ich euch eine einfache, aber wie ich finde eine sehr schöne Serviettenfalttechnik. Schaut einfach mal zu. Zuerst wird die Serviette zu einem Dreieck gefaltet. Dann beginnt ihr mit der langen Seite und legt diese ca. 1 cm um. Die Serviette wird jedes Mal gewendet und der Schritt wird so oft wiederholt, bis die Spitze erreicht ist. Damit es am Ende gut aussieht, solltet ihr jede Faltlinie sorgfältig andrücken. So, das meiste ist geschafft und jetzt wird nur noch die Serviette aus der Mitte heraus zusammengelegt. Als kleiner Tipp von mir macht es sich immer sehr gut, wenn ihr die Serviette, so wie sie jetzt ist, einmal überbügelt oder an der Spitze eine Büroklammer befestigt. Damit bleibt die Form schöner erhalten. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ich freue mich schon auf euer Feedback. So, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!